Nach der Verpflichtung von Alisson Becker hat Loris Karius seinen Platz im Tor vom FC Liverpool verloren und könnte die Reds noch in diesem Sommer verlassen. Laut Sun ist beschickt, dass Istanbul an Karius interessiert. Das Problem, auch Simon Mignolet zieht es von Liverpool weg. Er wird mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht. Trainer Jürgen Klopp wird aber wohl nur einen der beiden Ersatzkeeper ziehen lassen. Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Ebenfalls vor dem Absprung steht Martin Oedegaard bei Real Madrid. Auch in dieser Saison ist für ihn kein Platz bei den Königlichen. Wie der Mürbur berichtet, steht der 19-Jährige vor einem Wechsel nach England. Demnach sind die beiden Zweitligisten Aston Villa und Derby County an einer Ausleihe des Norwegers interessiert. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Michi Bacuay hat der FC Valencia den nächsten potenziellen Wunschstürmer von Borussia Dortmund verpflichtet. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wurde mit Gameros bisherigen Klub Atletico Madrid eine Übereinkunft erzielt. Laut spanischen Medienberichten kostet der Franzose Valencia 16 Millionen Euro Ablöse. Auf der Suche nach einem Stürmer könnte der BVB nun in Anthony Modest fündig werden. Der Ex-Kölner bringt sich gegenüber Sport 1 zumindest selbst ins Gespräch. Borussia Dortmund wäre sehr interessant, das könnte ich mir gut vorstellen. So Modest, der seinen Vertrag beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanzhan aufgelöst hat. Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre für ihn perfekt, allerdings hätte noch kein deutscher Klub bei ihm angefragt, so der 30-Jährige weiter. Kurz vor Saisonstart muss der BVB schnell handeln. Modest käme mit der Empfehlung von 59 Toren in 123 Bundesligaspielen.